Liebe Kötter, verwandelt mich in einen Raben, damit ich von hier wegfliegen kann. Der Fenris-Wolf ist entkommen. Fällt der Wolf in die Hände der Riesen, wäre das das Ende der Welt. Ihr müsst den Wolf fangen und wieder anketten. Beim Morgengrauen zieht ihr los. Er kann uns von Nutzen sein. Ich muss jetzt gehen. Du wirst mir fehlen. Wir zwei dürfen den Göttern dienen. Das ist, wovon alle träumen. Was machst du hier? Ich dachte, ich könnte euch auch hilfreich sein. Wir werden hier wie Sklaven daran gehören. Ich will zurück. Wir sind hier aus irgendeinem Grund. Valhalla war nie Schwäche. Der Zusammenhalt unter den Göttern ist ein Zweit. Ein Menschenmädchen. Erzähl mir, wie du bist und was du hier zu suchen hast. Passt auf! Sie ist es. Ragnaröck ist nah. Ein kleines Mädchen aus Midgard kann nicht über unser Schicksal entscheiden. Sie tut es schon längst. Dann musst du ihn da rausholen. Du bist doch ein Gott. Das Schicksal hat mit dir viel vor. Valhalla muss zusammenhalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020